Eines der Themen, die uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich am meisten beschäftigen wird und wie Hans-Peter Oehri, der Vortragende vorher so spasseshalber bezeichnet hat, ist es wahrscheinlich das am weitesten fortgeschrittene Digitalisierungsprojekt des Bundes. Er wird uns in den nächsten drei Viertelstunden etwas zur EID und zum EID-Gesetz erzählen. Er hat sich als Rechtsanwalt, Ökonom und IT-Nerd schon lange mit dem Thema beschäftigt und wir freuen uns, dass er uns jetzt heute da etwas dazu erzählt. Herzlichen Dank und heisst ihn herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Die, die das letzte Jahr schon dabei waren, da hatte ich schon mal erklärt, die technischen Grundlagen des aktuellen EID oder des aktuellen Projekts der EID, da gehe ich jetzt nicht mehr vertieft darauf ein, weil es einfach wieder eine Wiederholung wäre, sondern das wäre jetzt ein Update zum letzten Jahr. Deshalb halt nur kurz, um was geht es überhaupt, wie sind wir zur aktuellen Situation gekommen und dann die Vernehmlassung und die Botschaft für das Bundesgesetz über die elektronische EID, die jetzt auch in den Räten im März oder im Nationalrat im März das erste Mal behandelt wird und kommen wir dann gleich darauf, hoffentlich dann bald auch verabschiedet wird. Eine kleine Vorbemerkung. Ich bin hier privat in der Funktion eines Rechtsanwalts, Ökonom und IT-Nerds. Ich habe meine private Überzeugung, ich vertrete hier also niemanden und habe eine gefärbte Sicht auf das Ganze. Als IT-Nerd sind Freiheitsrechte wie Datenschutz für mich besonders wichtig und ich stehe erweiterten Datennutzungen und Überwachung etwas kritisch gegenüber. Deswegen, wenn andere Gewichtungen vornehmen, dann ist das nicht unbedingt falsch. Das hier ist von mir gefärbt. Genau. Um was geht es eigentlich? Bei der EID, der Name sagt es ja schon, geht es um die digitale Abbildung einer staatlich attestierten Identifikation einer natürlichen Person. Das ging offline schon relativ lange mit der Identitätskarte oder im internationalen Verkehr mit dem Pass. In der Botschaft wird das dann auch so beschrieben, mit der neuen EID sollen sich Nutzerinnen und Nutzer sicher schnell und unkompliziert digital ausweisen. Es geht also um den Transfer ins Digitale. Es ist etwas weiter als eine allgemeine EID, das aktuelle Projekt. Und zwar soll diese EID nicht nur online, also auf dem Web genutzt werden können, sondern auch offline. Ich kann also mit meiner EID, die ich mit mir trage, zum Beispiel beim Alkoholkauf beweisen, dass ich über 18 Jahre alt bin. Und es sollen nicht nur die EID des Staates, sondern auch weitere Atteste wie Fahrausweis, Berufsbewilligungen, Diplome oder auch völlig private Atteste, wie der Mitgliederausweis des Kaninchenzüchtervereins dort abgelegt werden können. Wieso brauchen wir das oder wieso meint die Politik, dass wir das brauchen? Ein großer Treiber ist natürlich das ganze E-Government. Also wie kann ich mit Verwaltungen agieren, interagieren, ohne dass ich persönlich vorbeigehe? Dann aber auch, wie es im erläuternden Bericht 2015 schon hieß, die Entwicklung von Online-Geschäften. In der Botschaft wird das jetzt beschrieben als immer mehr Geschäfte können online abgewickelt werden. Es ist immer weniger nötig, persönlich vorzusprechen. Es wird erwartet, dass Aufgaben elektronisch vorzugsweise auf einem Smartphone erledigt werden können. Bitte beachtet, es können immer mehr Geschäfte online abgewickelt werden. Die EID haben wir aber noch gar nicht. Deswegen stellt sich schon die Frage, für was braucht es die dann da im Allgemeinen? Und dann natürlich eben einfach in der Offline-Welt der Kärtner-Ersatz. Also statt dass ich eine ganze Palette an Kreditkartengroßen Plastikkärtchen mit mir trage, wäre es praktisch, wenn ich das auf dem Smartphone habe und eben nicht so viel rumschleppen muss. Die technischen Grundlagen hatte ich das letzte Jahr erklärt. Hier nur so viel, es geht um ein Wallet-Konzept. Das heißt, wir haben auf der einen Seite jemanden, der die ID ausgibt, der schweizerische Staat. Wir haben in der Mitte den Benutzer, der tatsächlich seine Brieftasche dabei hat und da steckt diese ID drin. Und wir haben jemanden, der auf diese ID abstellt. Hier am Beispiel mit dem alten Logo, das mir so viel besser gefällt. Wenn ich bei der Post einen eingeschriebenen Brief abhole, dann muss ich meine Identität ausweisen. Ich verwende dazu die Identitätskarte. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Post darauf vertraut, dass diese Karte, die ich hier hinhalte, dass das tatsächlich stimmt. Also sie braucht ein Vertrauen in den Aussteller dieser Karte. Jetzt in der eID erweitern wir das Konzept. Ich habe vorhin gesagt, es soll eben nicht nur die staatliche ID, sondern auch der Mitgliederausweis des Kaninchenzüchtervereins in der Wallet abgelegt werden. Wir haben also nicht nur den Schweizer Staat als Herausgeber einer ID, sondern verschiedene Issuer im Fachjargon. Und umgekehrt haben wir auch ganz verschiedene Institute, die darauf abstellen. Eben auch der Kaninchenzüchterverein, also ganz viele unterschiedliche Verifier. Und da gibt es dann auch verschiedene Vertrauensbeziehungen. Also der Kaninchenzüchterverein vertraut dem Herausgeber der Mitgliedskarte etc. Hier geht es jetzt um die eID spezifisch, also um die staatliche Identität, um diese elektronische oder digitale Identitätskarte, die in diesem Konzept verwendet wird. Wie sind wir bis zur aktuellen Situation gekommen? Ihr seht, das ganze Projekt ist schon etwas älter. 2013 gab es eine damals geheime Studie der Berner Fachhochschule, wie man mit einem NFC-Chip in Pass und Identitätskarte sich online autorisieren könnte. Wieso geheim? Damals hatten wir gerade die Abstimmung über den biometrischen Pass, der mit 50,1 Prozent angenommen wurde. Das Publikum war also etwas kritisch gegenüber Biometrie. Und deswegen wurde das damals auch nicht veröffentlicht. Später gab es dann die Idee, ja, online gibt es ja immer diese schönen Login bei Google, Login mit Facebook etc. Dann machen wir doch einfach einen staatlichen Identity Provider, also das Analogon, einfach staatlich und dann kann der Staat mit dem Login bestätigen, dass jemand tatsächlich der Hansli Müller ist oder dass er tatsächlich über 18 Jahre alt ist. Und dann gab es einen Wechsel, man hat gedacht, der Staat, das ist alles so dynamisch und so weiter, der Staat kann das nicht gut umsetzen, outsourcen wir das lieber an Private. Das wäre natürlich etwas schlimm aus der Sicht jetzt eines iTunes und Datenschutzinteressierten. Wenn eine zentrale Stelle nicht nur mitbekommt, wo überall ich meine Identität preisgebe, sondern dieser Identity Provider, dieses Login bei Schweiz statt Login bei Google, hätte ich natürlich auch möglichst überall verwenden sollen. Nicht nur dort, wo ich tatsächlich eine staatlich attestierte Identität verwenden sollte. Das heisst, da wäre eine riesige Sammlung an Daten entstanden, die bei diesem Identity Provider, bei diesem privaten Identity Provider, nichts zu suchen gehabt hätte. Deswegen, wir erinnern uns, gab es die Abstimmung und das Gesetz wurde dann auch abgeschickt. Jetzt, 2024 bis 2025, gibt es diese neue Lösung, die die Nachteile des ersten Gesetzes ausbügeln soll. Wie kam es dazu? Unmittelbar nach der Abstimmung über diese Identity Provider-Lösung gab es tatsächlich von allen Fraktionen Vorstösse in den Räten, dass eine richtig umgesetzte EID jetzt richtig im Sinn des Datenschutzes in Auftrag gegeben werden soll. Das hat dann etwas gedauert bis jetzt. Sehr schnell gab es den Auftrag des Bundesrates, das zu konzipieren. Es wurden öffentliche Diskussionspapiere diskutiert. Es gab auch Konferenzen, wo diskutiert wurde, welche Lösung jetzt hier angebracht wäre. Das Ganze ist ungewöhnlich auch für ein Gesetzgebungsverfahren sehr partizipativ erfolgt. Also mit allen Stakeholdern, nicht erst in der Vernehmlassung, sondern dauernd auch in der Entwicklung mit der Open Source Community. Und im Oktober 22 gab es dann, oder bis Oktober 22 gab es die Vernehmlassung. Und dann hat es sehr lange gedauert bis zur Botschaft. Die wurde früher erwartet und dann hiess es, ja, wir müssen die kritischen Stimmen, die zahlreich in der Vernehmlassung geäussert wurden, doch noch besser einarbeiten. Deswegen war die Botschaft dann erst im November 23. Jetzt geht es aber wieder sehr schnell. Bereits im Januar 24 war das in der Rechtskommission des Nationalrates und wie gesagt im März im Nationalrat. Also, wenn wir das so nehmen, frühestens 26 werden wir dann tatsächlich die EID haben, nach der aktuellen Klang. Was wurde denn kritisiert in der Vernehmlassung? Gross, also mehrmals erwähnt wurde die Frage, wer bekommt überhaupt eine EID? Sind das nur Schweizer Bürger mit Weizer Pass? Sind das auch Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung, einem Ausländerausweis? Oder müssten das vielleicht auch sans-papier eine EID bekommen? Diskutiert wurde die Barrierefreiheit der EID. Dann der Ausstellungsprozess. Wie komme ich überhaupt zu dieser EID? Die ganze Datenschutzproblematik mit der EID. Darin eingeschlossen das Problem der Überidentifikation. Komme ich gleich dazu. Und schliesslich, wer bietet den Support? Das Klassische ist das beim Bund, ist das bei den Kantonen. Wo kann ich als hilfesuchender Bürger den Support erhalten? Ich konzentriere mich mit meiner Ausrichtung, die ich erwähnt hatte, auf diese drei Punkte. Den Ausstellungsprozess, den Datenschutz und das Problem der Überidentifikation. Kommen wir zum Ersten. Der Ausstellungsprozess. Die, die sich schon länger damit beschäftigen, kennen vielleicht die SwissID, französisch geschrieben. Also nicht die mit SWID, sondern SUI. Das war ab 2010 ein Projekt, das man so etwas Ähnliches wie die E-Perso-Funktion in Deutschland abbilden wollte, um mit einer Karte, einer Smartcard sich online tatsächlich autorisieren und dann auch unterschreiben zu können. Das wurde mit viel Geld gefördert, aber wir haben das klassische Henne-und-Ei-Problem. Tatsächlich brauche ich eine offizielle Autorisierung mit meiner verifizierten Identität relativ selten. Deswegen bemühe ich mich nicht darum, diese SwissID oder diesen elektronischen Ausweis zu bekommen. Das führt dazu, dass wenige Stellen diesen elektronischen Ausweis tatsächlich akzeptieren. Also war oder ist die Intention beim aktuellen Projekt, man muss möglichst einfach zu dieser E-ID kommen und es müssen möglichst schnell, möglichst viele über eine E-ID verfügen. Nur so können wir dieses Henne-und-Ei-Problem umgehen. Das führt dazu, dass im Projekt die Ausstellung einer E-ID ein reiner Online-Prozess ist. Das heisst, ich habe mein Smartphone mit der Wallet-App, ich habe meine Identitätskarte und mich als Person und ich bekomme eine E-ID, ohne dass ich irgendwo vorbeigehe. Das heisst, die Kamera geht an, ich halte mal die Identitätskarte in die Kamera, die wird überprüft, ob die Identitätskarte richtig ist. Ich halte mein Gesicht in die Kamera. Mein Gesicht wird mit dem Foto verglichen, das bei der Ausstellung der IDK oder des Passes gespeichert wurde. Das ist also nicht das Video-Ident-Verfahren, das vielleicht einige aus Deutschland kennen, das da vom CCC sehr schnell geknackt wurde. Es wird also nicht das Foto auf der IDK, das in die Kamera gehalten wird, verglichen, sondern das, was bereits gespeichert ist. Wie sicher das ist, das wird die Zukunft weisen. Wir hatten ja schon Vorträge über Artificial Intelligence und Deepfakes. Ich wage zu bezweifeln, dass das dauerhaft eine sichere Möglichkeit ist. Das Problem ist, es gibt verschiedene Smartphones. Solange der Schweizer Staat nicht die Kontrolle über die Smartphones hat, sondern nur über die App, hat er schlussendlich keine Kontrolle, was in der Kamera tatsächlich erscheint. Das ist ein grundsätzliches technisches Problem. Deswegen sind wir da etwas kritisch. Immerhin, nach der Vernehmlassung wurde jetzt eingeführt, dass man nicht zwingend diesen Online-Prozess nutzen muss, sondern dass auch physisch vor Ort diese EID ausgestellt werden könnte. Jetzt ist die Frage, wenn ich dann zum Passbüro gehe, machen die einfach dasselbe, was ich selbst machen würde mit der Kamera und dem Vergleich. Dann haben wir nicht viel gewonnen. Oder überprüfen die meine Identität selbst anhand der Identitätskarte zum Beispiel und stellen mir die EID aus, ohne dass diese biometrischen Gesichtsdaten gespeichert werden. Was fehlt an der ganzen Geschichte? Es gibt kein Opt-in oder Opt-out. Es kann jederzeit jeder Berechtigte eine EID erstellen lassen. Was bei Missbrauch oder eben bei Fehlern dann auch bedeutet, wenn ich selbst noch gar keine EID habe, bekomme ich gar nicht mit, falls fälschlicherweise auf meinen Namen, auf meine Identität eine EID ausgestellt würde. Ich bekomme das auch nicht mit direkt, wenn ich bereits eine EID habe. Erst wenn ich sie dann nutzen will, wird mir gesagt, die alte EID ist wieder rufen, es wurde eine neue ausgestellt. Und was ebenfalls im Gesetz nicht geregelt ist, ist die Frage der Haftungsregelung. Also was passiert, wenn die EID verwendet wird, vielleicht gar nicht von mir, um ein Bankkonto zu öffnen, um einen Kredit zu erhalten? Die Rechtskommission hat da bereits eingegriffen. Der Entwurf, der in den Nationalrat geht, legt fest, dass wenn ich vor Ort eine EID löse, dass eben keine biometrischen Daten erhoben werden, sondern das Passbüro zum Beispiel meine Identität prüft und die EID dann ausstellt. Und die Rechtskommission schlägt auch vor, dass dieses ganze Online-Verifikationsverfahren ebenfalls Open-Source publiziert wird. Das steht im Entwurf nicht so drin. Da steht drin, grundsätzlich wird Open-Source, ausser was sicherheitsrelevant ist. Und die Identitätsüberprüfung wäre natürlich sicherheitsrelevant. Gut, Ausstellungsprozess, etwas kritisch, insbesondere was eben möglichen Missbrauch angeht. Ich hatte damals vorgeschlagen, dass man vielleicht, nur wenn man bereits einmal eine EID hatte, durch einen einfachen Online-Prozess eine neue bekommt. Zum Beispiel, ich habe das Telefon verloren und möchte mir jetzt eine neue EID ausstellen lassen. Weil in dem Moment, wo ich eine EID habe, besteht eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen dem Staat und mir. Das heisst, in dem Moment ist es möglich, mich zu alarmieren. Hallo, es wird eine neue EID ausgestellt. Warst das sicher du? Solange ich noch gar keine EID habe, gibt es diese Kommunikationsmöglichkeit nicht. Der Kanton und der Bund haben nicht meine E-Mail-Adresse irgendwoher und können mich ausser auch nicht alarmieren, wenn auf meinen Namen fälschlicherweise eine EID ausgestellt würde. Kommen wir zum Datenschutz. Der Datenschutz wurde etwas verbessert jetzt im Entwurf, aber die Komplexität scheint mir nicht ganz korrekt abgebildet. Wir haben verschiedene Schutzrichtungen. Das erste ist der Schutz des Benutzers vor dem Staat. Ich habe gesagt, es werden biometrische Gesichtsdaten erhoben in diesem Online-Prozess. Nach dem aktuellen Entwurf werden diese biometrischen Daten fünf Jahre über die Laufzeit der EID hinaus zentral gespeichert. Da geht es nicht wie beim Pass um das einfache Bild, das vermessen wird, sondern das ist ein komplettes biometrisches Gesichtsbild. Die mit Apple-Geräten kennen das vielleicht. Da wird dann alles vermessen. Das heisst, diese vermessenen Daten sind auch nutzbar. Wenn ich das sehe, wenn ich das vergleiche mit den 50,1 Prozent für den biometrischen Pass, bin ich etwas kritisch. Die Rechtskommission hat hier etwas nachgebessert und will den Entwurf anpassen, dass diese biometrischen Daten nur zum Zweck der Untersuchung einer Erschleichung einer EID aufbewahrt werden dürfen. Da komme ich jetzt natürlich und sage, ja, aufbewahrt schon, aber wie werden sie tatsächlich genutzt? Wer schützt mich davor, dass in einer nächsten Nachrichtendienstgesetzrevision dann auf einmal gefunden wird, ja, im Zweifel kann der Nachrichtendienst da die vielleicht doch auch nutzen? Dann wären wir im Bereich Überwachung. Der zweite Schutz ist der Schutz der Transaktion zwischen mir und dem Verifier gegenüber dem Staat. Der ist technisch sehr gut umgesetzt. Wenn ich zur Post gehe und meine EID vorlege, dann bekommt der Schweizer Staat nicht mit, dass ich die EID verwendet habe und dass ich sie bei der Post verwendet habe. Das ist in diesem Konzept wunderbar abgebildet und das ist der grosse Unterschied zwischen dem Konzept Identity Provider früher, wo alles über diese zentrale Stelle des Identity Providers lief. Dann haben wir aber auch den Schutz des Nutzers gegenüber dem Verifier. Also wie verwendet der Verifier, sei das die Post, sei das eine Bank, bei der ich online ein Konto eröffne, meine Daten? Da ist es so, dass wir in der Schweiz, oder die Begründung war immer, ja, wir haben das Datenschutzgesetz, aber ist genug geschützt. Da bin ich nicht ganz einverstanden, weil diese Daten, die transferiert werden, sind doch etwas spezielle Daten. Die sind staatlich verifiziert. Ich bin über 18. Ich bin der Hansli Müller. Das heisst, ob das mit dem Datenschutzgesetz einfach so reicht, müssen wir sehen. Im Ausland ist es so, dass häufig eine Positivliste technisch implementiert wird. Das heisst, wer darf tatsächlich was abfragen. Und dass festgeschrieben wird, dass die Daten, die ich von der offiziellen EID abfrage, bekomme, dass ich die nicht anderweitig verwenden darf. Punkt. Dass jemand über 18 Jahre alt ist, brauche ich, wenn er Alkohol bestellt. Dieses Datum darf ich dann aber nicht für Werbemassnahmen weiterverwenden. Das haben wir so im aktuellen Entwurf nicht drin. Dann geht es beim Digitalen noch etwas weiter. Ich habe mich einmal mit der EID ausgewiesen. Und wie verwendet jetzt dieser Verifier die Daten, die er bekommt? Das heisst, gibt er sie zum Beispiel an andere weiter? Auch hier haben wir in der Schweiz die Konzeption, es gibt das Datenschutzgesetz. Irgendwo wird das vereinbart oder geregelt sein. Im Ausland ist das nicht unbedingt so. Da gibt es, wie gesagt, das Kopplungsverbot. Das heisst, ich darf die Daten eben nicht anderweitig verwenden, auch nicht anderweitig weitergeben oder auch nicht speichern. Separat. Die Rechtskommission des Nationalrats hat den Entwurf etwas angepasst und immerhin reingeschrieben, die Speicherung dieser EID-Daten braucht eine explizite Einwilligung des Benutzers. Das wäre auch eine Ausnahme vom Datenschutzgesetz, dass wir da diese explizite Einwilligung brauchen. Aber es geht nur um die Speicherung. Und schliesslich haben wir noch einen technischen Aspekt des Datenschutzes, die sogenannte Linkability. Der Vorteil der EID, wenn ich Alkohol bestelle, kann ich beweisen, ich bin über 18 Jahre alt. Mein genaues Geburtsdatum muss ich nicht bekannt geben. Jetzt ist aber das Problem, je nachdem, wie das technisch umgesetzt wird, dass dieser Beweis, ich bin über 18 Jahre alt, allenfalls von verschiedenen Verifyern verwendet werden kann, um den Link herzustellen und zu erkennen, ah, das ist dieselbe Person. Das heisst, wenn ich beim ersten Verifier nur beweise, ich bin über 18 Jahre alt, zum Beispiel, es gibt ja die Bestrebungen, dass auch bei Online-Diensten wie normalen Videoportalen ein Alter festgestellt werden muss zum Jugendschutz, dann weiss der Betreiber nichts über mich, ausser, ich bin über 18 Jahre alt. Jetzt gehe ich zum Geschäft und bestelle Alkohol. Da muss ich auch beweisen, ich bin über 18 Jahre alt. Und wenn das technisch nicht korrekt umgesetzt ist, wie es im Moment in der EU noch danach aussieht und in der Schweiz noch diskutiert wird, kam der Beweis über 18 Jahre, gematcht werden und die beiden können feststellen, ah, der, der hier den Alkohol bestellt hat und bewiesen hat, der ist über 18 Jahre alt, ist derselbe, der die Videos anschauen wollte, nur über das Attribut über 18 Jahre, weil das technisch gematcht werden kann. Diese Verbindung über verschiedene Nutzer der EID-Daten ist aus der Sicht des Datenschutzes natürlich besonders gefährlich. Und dann der Teil der Überidentifikation. Das heisst, Überidentifikation hat zwei Aspekte. Das heisst, wer darf überhaupt eine Identifizierung verlangen und welche Attribute darf er verifizieren? Auch hier gab es früher einfach den Verweis auf das Datenschutzgesetz. Das wurde in der Vernehmlassung stark kritisiert. Und wir haben im Entwurf jetzt eine etwas ausgebaute Lösung, die sagt, die EID-Personendaten dürfen nur verwendet werden oder abgefragt werden, wenn es eine gesetzliche Pflicht dazu gibt. Also, wenn ich eine SIM-Karte bestelle, dann gibt es eine gesetzliche Pflicht, mich zu identifizieren. Oder die Zuverlässigkeit der Transaktion davon abhängt. Was heisst das? Die Zuverlässigkeit, wenn der Online-Shop mir gerne ein Geburtstagsgeschenk schicken möchte, dann möchte er sehr zuverlässig feststellen, wann mein Geburtsdatum ist. Kann er jetzt die EID verlangen und sagen, du darfst bei mir nur shoppen, wenn du die EID offenlegst? Die Rechtskommission des Nationalrats hat auch hier eine leichte Änderung vorgenommen. Er hat gesagt, ja, diesen Litera B, den müssen wir ändern. Es braucht ein unbedingt notwendig, wenn es also nicht anders geht. Im Ausland, wie gesagt, gibt es da teilweise andere Ansätze, dass man eben eine Positivliste hat, wo eingetragen wird, wer darf welche Attribute abfragen und nur die sind dann freigegeben. Jetzt wurde auch in der Vernehmelassung gesagt, was machen wir dann, wenn jetzt alle Online-Shops auf einmal eine EID verlangen, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Es wurden deshalb im Entwurf Sanktionen in Anführungs- und Schlusszeichen eingeführt, dass also allefalls in den Registern, die technisch notwendig sind, eingetragen wird, wenn jemand zu viel abfragt. Wie das tatsächlich dann geprüft, untersucht, eingetragen wird, das ist offen. Und was ebenfalls fehlt, ist ja, das ist an den technischen Register eingetragen. Für mich als Benutzer, was heisst das? Die Rechtskommission hat deswegen ergänzt, dass dieser Wareneintrag in den technischen Registern für die Benutzer tatsächlich auch sichtbar sein soll. Das wäre immerhin einmal etwas. Ebenfalls zur Frage der Überidentifikation ist die Frage der Alternativen zur EID. Eben darf jetzt der Online-Shop zwingend voraussetzen, dass ich eine EID habe. Im Moment können wir uns das nicht vorstellen. Es wäre viel zu mühsam, dass der Online-Shop von jedem eine Kopie der Identitätskarte verlangt. Aber wenn wie gewollt tatsächlich sehr schnell möglichst alle eine EID haben und die Nutzung dieser EID einfach ein Klick ist auf dem Smartphone, dann könnte das durchaus Kreise ziehen. Sagen wir es so. Da wurde jetzt im Entwurf eingefügt, dass wenn man eine EID brauchen möchte, auch beim persönlichen Erscheinen ein normaler Ausweis akzeptiert werden muss. Was heisst jetzt das? Heisst das, wenn ich persönlich erscheine am Postschalter, dann darf ich neben der EID auch noch die klassische Identitätskarte hinhalten? Oder heisst das, der Online-Shop muss mir ermöglichen, irgendwo persönlich zu erscheinen und meine Identitätskarte zu zeigen? Das ist nicht so ganz klar. Und etwas überspitzt gesagt, wenn das tatsächlich jetzt die zweite Variante ist, dass der Online-Shop mir das zur Verfügung stellen muss, dass ich mich alternativ ausweisen kann, dann würde ich dann mal das konzipieren. Du darfst dich sehr gerne ohne EID ausweisen. Wenn du das möchtest, dann kommst du bitte montags 9 bis 9.30 Uhr in Irland an unseren Hauptsitz. Und weil das für uns noch so aufwendig ist, das manuell zu prüfen, dann kostet das noch 50 Euro. Das könnte man umgehen, wenn man im Gesetz schreibt, dass es eben nicht nur eine Alternative geben muss zur EID, sondern eine diskriminierungsfreie Alternative. Dass mir also kein Nachteil entstehen darf, wenn ich die EID nicht verwenden möchte. Fazit. Der Prozess der Erarbeitung des Projektes, also der politische, rechtliche Prozess, wurde sehr gut aufgegleist und rein Bezug aller Stakeholder und sehr transparent. Der technische Ansatz, den kann ich voll unterstützen, mit einem kleinen K-Wert, das mit der Linkability. Also kann ich die über 18 Nachweise technisch irgendwie verknüpfen, unterschiedlich. Das steht nicht im Gesetz und ist jetzt auch noch nicht entschieden. Aus der Perspektive, die ich betrete, die Datenschutz in den Vordergrund stellt, muss es ganz klar sein, dass diese Linkability nicht gegeben sein darf. Was mir etwas fehlt und was ich gerne stärker beachtet hätte im Gesetz, ist diese Spezialität der staatlich attestierten Identitätsdaten. Die haben in der Datenökonomie einen besonderen Wert. Und wenn wir sie in diesem technischen Konzept gespeichert haben, kann ich die nicht nur weitergeben, sondern der, der sie bekommt, kann seinerseits auch wieder verifizieren, dass sie staatlich attestiert sind. Also es gibt ein Gütesiegel dafür. Und was mir dann etwas fehlt, ist die Beachtung der Skalierbarkeit. Eben was passiert, wenn das plötzlich um sich greift, dass wir, wenn wir uns sehr einfach ausweisen können, auf einmal überall ausweisen sollen. und dass der Bund mit der Wallet, die er zur Verfügung stellt, natürlich auch eine gewisse Marktmacht hat. Es werden über 90 Prozent der Nutzer die Wallet des Bundes verwenden, auch wenn glücklicherweise das so konzipiert ist, dass auch Alternativen zur Verfügung stehen. Das heisst, ich bin guten Mutes. Ich selbst werde sicher eine EID verwenden. Ganz einfach, weil ich es leid bin, so viele Kärtchen überall mit mir zu tragen. Aber es gibt da doch den einen oder anderen Punkt, den man jetzt im Gesetzgebungsprozess vielleicht noch stärker betonen sollte, aus meiner IT-Nerd-Datenschutzperspektive. Falls noch Fragen sind, nehme ich die gerne entgegen. Für die, die das Ganze verfolgen wollen, wie gesagt, es ist im Moment in den Räten. Die Geschäftsnummer 23073 auf Parlament.ch kann verfolgen, wie sich das entwickelt. Vielen Dank. Ja, danke vielmals, Hans-Peter, für diesen tollen Vortrag. Ist das die Schlange dahinter vor dem Mikrofon oder ist das der Überlauf des Raums? Ah, doch, die erste Person kommt da bereits ans Mikrofon. Darf ich dich um deine Frage bitten? Ja, gerne. Es gibt ja, du hast gesagt 2026, oder? Die aktuelle Planung ist, also das, was gesagt wird, frühestens 2026, es ist etwas unklar, weil sobald es in den Räten ist, ist man etwas unsicher, wenn die dann noch lange hin und her und so weiter, kann es sich auch noch verschieben. Es gibt es ja die Behörden-Logins, es gibt ja die Kantone, die nicht warten können, die jetzt die SwissID eingeführt haben. Es gibt auch noch dieses Agoff, das man auch nutzen kann. Es hat natürlich nicht dasselbe Niveau wie eine staatlich geprüfte Identität. Aber meine Frage ist ein bisschen, wofür brauchen wir dann wirklich diese EID am Schluss? Also, oder schmälert, wie wird das dann auch kompatibel sein mit all diesen verschiedenen Logins, wie es dann auch gibt, Behörden-Logins? Also die SwissID mit SW, die wurde aufgestellt im ersten Versuch, als es eben um diesen zentralen Identity-Provider ging. Das heisst, es ist vom Konzept her etwas ganz anderes. Es gibt eben diesen zentralen Identity-Provider, den ich möglichst überall verwenden soll, nicht nur bei der Post, sondern bei jedem Schweizer Online-Shop am besten auch noch das verwenden soll. Das wird jetzt gepusht, ohne dass es ein staatliches Platz dahinter hat. Ob man das verwenden will, steht jedem frei. Das AGOV, das Behörden-Login, ist jetzt auch so eine Übergangslösung in meinen Augen. Da gibt es eben den staatlichen Identity-Provider, den man, der etwas für Qualität des Logins oder der Logindaten bürgt. Ziel wäre es, wenn wir dann diese EID im Wallet-Konzept haben, dass es die tatsächlich nicht mehr braucht. Wobei, vorsichtig, ein Login ist nicht dasselbe wie eine ID. Das ist das, was man jetzt erkannt hat, politisch. Früher hat man immer mit Google-Login und Facebook-Login argumentiert, aber ein Login ist eben etwas anderes als die Identität. Möchte Frage? Danke, bitte. Meine Frage geht im Bereich der Überidentifizierung Gefahren der EID. Und zwar der Bereich Social Scoring. Falls der Staat mal auf die Idee kommen sollte, Formen von Social Scoring einzuführen, wäre ja die EID sozusagen ein zwingendes Element. Wurde das auch schon diskutiert oder ist das im Moment noch gar nicht auf dem Radar? Also in den interessierten Kreisen wird das natürlich diskutiert. Es geht eben um das Problem, müssen wir uns überall identifizieren? Beziehungsweise dürfen wir uns anonym bewegen, im Offline-Raum oder eben auch online? Im Gesetz ist jetzt dazu nichts vorgesehen, ist auch nicht vorgespurt ein Social Scoring. aber natürlich, wenn man das dann eben zu Ende denkt, wenn wir uns auf einmal überall identifizieren müssen und das auch freiwillig tun, weil es eben so einfach ist, ich halte schnell das Smartphone hin und drücke auf den Knopf, dann ist das etwas, was man sicher im Auge behalten muss. Dürfen wir noch? Ja, bitte. Du hast vorher gesagt, dass die Daten, die erhoben werden, über die Ehe, die ja besonders wertvoll sind, weil sie ja dem Staat, der Staat sagt, sie stimmen, die dürfen nicht gespeichert werden. Wenn ich jetzt Alkohol bestelle, dann ist rein die Tatsache, dass der Bestellvorgang zustande kommt, eine Bestätigung meines Alters, auch wenn es indirekt bestätigt wird. Also die Daten sind ja eh schon da. Nützt der Speicherschutz dann überhaupt noch mehr? Also im Moment ist es nicht so, dass sie nicht gespeichert werden dürfen. Zweifelwende werden dürfen. Der Änderungsvorschlag der Rechtskommission ist, dass sie nur mit expliziter Zustimmung gespeichert werden dürfen. Und dann gibt es eben immer noch einen Unterschied als die reine Bemerkung in den Akten, ja, ich habe das geprüft, ich darf dem den Alkohol schicken. Oder das Datenpaket, was eben attestiert und wenn ich es weitergebe, der andere auch noch mal prüfen kann, dass der Staat das attestiert, dass jemand über 18 ist. Dieses staatliche Attest über das Datum, was auch für Dritte verifizierbar ist, das ist der grosse Unterschied. Gibt es bezüglich der Sicherheit des Wallets, gibt es da schon Anforderungen oder nicht? Also zum Beispiel, dass er auf einem sicherer Secure Enclave sein muss oder so, weil das hat ja dann auch wieder auf Haftung auf eine Art Auswirkung. Wenn ich jetzt hier meinen routet Android-Phone habe, wo mir die EID quasi geklaut wird, wie, wie. Genau. Das kann ja nicht die Verantwortung des Endusers, also kann man schon machen, aber was ist denn das noch wert? Im Gesetz selber sind keine Voraussetzungen dazu vorgesehen. Es ist vorstellbar, dass eben für die EID ein Secure Module oder ein Secure Enclave vorausgesetzt wird und für den Mitgliederausweis des Kaninchenzüchtervereins dann halt nicht. Man ist da etwas im Zwiespalt. Wir möchten, also die Idee ist, dieses Wallet möglichst viel zu verwenden. Nicht nur für die EID, sondern eben auch für den Kaninchenzüchterverein, für meine Wohnsitzbestätigung, für meinen Berufsausübungsausweis etc. etc. Das heisst, wenn ich dann das Smartphone verliere und das ist in einer Secure Enclave, also technisch an das Smartphone gebunden, dann ist der Aufwand, all diese verschiedenen Nachweise neu zu beschaffen, natürlich sehr gross. Deswegen war die Idee, dass man da irgendwelche Backups zur Verfügung stellen könnte. Die funktionieren aber natürlich nur für die Nachweise, die eben nicht in der Secure Enclave sind. Und dann wäre die Idee, ja, die EID, die eben in der Secure Enclave ist, die kann ich ja in zwei Minuten mit einmal ins neue Smartphone lächeln, neu beschaffen. Aber Vorgaben gibt es im Gesetz nicht, es gibt technische Diskussionen natürlich. Wir hatten noch Zeit für eine letzte Frage. Ich weiss, ich stehe jetzt zwischen euch und dem Mittagessen, beziehungsweise euch und dem Mittagessen und dem nächsten Vortrag hier drin, dann Netzwerkzugriff für Anwendungen einschränken unter Linux. Aber vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Was sind denn so Kriterien für die Positivliste, die eben im Ausland dann genutzt werden, wenn die Positivliste ja eigentlich eine gute Idee wäre? Also, vorsichtig, gute Idee. Es ist aus der Sicht des Datenschutzes eine gute Idee. Es ist natürlich sehr viel mühsamer, eine Verbreitung dieses Systems hinzubekommen, wenn jeder Nutzer sich erst nicht nur registrieren muss, also jeder Verifier, sondern auch noch angeben muss, welche Attribute brauche ich tatsächlich und wieso brauche ich die und das dann nochmal geprüft werden soll. Das heisst, es ist durchaus ein zweischneidiges Schwert. Aber zum Beispiel, eben, wenn eine Abfrage offline, im Koop an der Kasse stattfindet, dann brauchen die wirklich nur die Information über 16 oder über 18. Das heisst, es könnte in der Positivliste stehen, diese Abfrage darf wirklich nur die Attribute über 16 oder über 18 abfragen und alles andere nicht. Dann ist ein Fehler des Benutzers, wenn er da rumtippt, ausgeschlossen. Und ich kann sicher sein, ja, das ist tatsächlich der Koop-Laden, der mich prüft und es fliessen nicht irgendwelche anderen Daten ab. Ja, danke vielmals und nochmal einen herzlichen Applaus an unseren Vortragenden für diesen tollen Vortrag. und ich kann auch einen herzlichen Applaus in der Kasse in der Kasse in der Kasse in der Kasse in der Kasse